Also diese Einspannung ist echt immer ein Braunhaushalt. Ich habe gesehen, du kennst dich theoretisch gut aus mit Fußball. Theoretisch. Wie sieht es praktisch aus mit Fußball? Das wollen wir mal sehen. Sogar der Brady darf sich aufwärmen gehen. Und wir dürfen keinen Probewurf haben oder was? Boah, wichtig! Wenn ich fünftmal die Tonne treffe, gibt es dann auch einen Punkt? Oh! Warst du ein Wurf? Also Footballspieler werde ich glaube ich nicht mehr. Ich sag dir, ich werde auch gerne treffen. Schlechter kann es nicht werden. Ich glaube es trifft der Brady da alle fünf. Sicher sogar. Ja. Eis, Sven! Der war nicht über das Resen sogar. Das ist weil der gerade die ganze Zeit zurückgeworfen hat. Boah! Ich bin zufrieden. Super Uhr! Das ist nicht so schlecht. Ah, der war nichts. Komm, hau ihn rein jetzt. Schön, Tom. Das ist wieder richtig großer Quatsch, was ich da zelebriere. Aber, ich dachte schon, ich höre auf nach dem ersten. Jetzt nur Nuck oder wie? Oh, du liebe Zeit. Ich treffe nicht mal, wenn ich hinschaue. Immerhin schon mal zweimal gleichgeworfen. 10 Punkte! Ey komm, überragend! Ich glaube, die ist aufgeschalten jetzt. Wasser. Das sind ja wohl zwei Punkte. Wie kann man so genau werfen? Okay. Oh! Der war scheiße. Die Länge war schon sehr schön. Die Länge war schon sehr schön. Ach, das ist ja wohnlose Frechheit. Reicht nicht ganz für die NFL. Wie steht's? 1-0 für mich. Not gegen Elend. Jetzt muss ich ihn nehmen und einfach schießen. Der erste wird, glaube ich, ganz schwer. Das ist ja ganz mau, was ich da abliefer. Du hast getroffen. Wow. Jetzt muss ich treffen. Ja, aber hey! Hey, Junge Marco, Mann. Einen nur noch, gell? Bist du wahnsinnig? Das ist extrem schwer, wirklich. Für alle, die es jetzt dann anschauen. War echt schlecht. Aber ist auch echt schwer. Hoffentlich triffst du nicht den ersten jetzt gleich. Jetzt habe ich ein Problem. Ach du Scheiße. Einen Punkt hinten. Du musst einmal treffen für ein Unentschieden. Ja, einmal. Glückstreffer. Immerhin schon mal gerade geflogen. Die kommen auch genau auf Marco da. Ich kann's gar nicht gerade. Ich hätte einen Radar. Zu viel Kraft. Alter. Alles oder nichts. Mit dem Schwachen, oder wie? Das ist traurig. Das ist traurig. Einen hast du noch, oder? Nein, ich glaube nicht. Wobei, vielleicht… Einen kriegst du noch. Weil der Timeout haben wir genommen. Oh. Den schneiden wir raus. Noch mal ein dreckiges 1-0 mitnehmen. Jetzt bin ich Champion. NFL Champion. Einen Glückstreffer. Einen Guckspitz. Danke. Guckspitz. Ich bin wirklich überglücklich über den Erfolg. Beim Football, glaube ich, 1-0 hat noch niemand geschafft, weil das nämlich nicht möglich ist. Und deshalb überglücklich, dass ich der Erste bin, der diesen Erfolg hat mit dem 1-0. Sehr schön. Dankeschön fürs Mitmachen. Hat mich gefreut. Ja, das hat man heute, glaube ich, ganz klar gesehen wieder. Dass der Rundeball uns besser tut. Aber immer Eingrückstreffer, ne? Einen. Gleich der Erste. Reicht. 1-0 reicht, nehme ich mit. Zu Null gespielt. Sehr wichtig. Und deshalb sehr zufrieden über den Ausgang des Spiels. Kann man mal verlieren. Und hopp. Super. Kriegt man da jetzt was? Ruhm, Ehre. Jawohl.